Wie wir mit unserer Premium-Line Produktkennzeichnung für Klarheit sorgen. Das ist Paul. Er arbeitet in einer Autowerkstatt und ist Mechaniker aus Leidenschaft. Bei ihm stehen die Bedürfnisse seiner Kunden immer im Vordergrund. Bei Herrn Meiers Auto ist der Kühler defekt. Deshalb schaut Paul im Online-Bestellkatalog des Großhandels nach einem Ersatzteil. Er vertraut in die hochwertigen Produkte und den hervorragenden Service von Beer Heller Service. Doch wieso werden Paul oftmals zwei verschiedene Kühler von Beer Heller Service für ein Fahrzeug angezeigt? Welches ist das geeignete Produkt? Ganz einfach. Die Premium-Line bietet Ersatzteile in Top-Qualität mit Top-Performance. Produziert von Beer, AKG, Visteon und anderen Herstellern mit OE-Kompetenz. Sie sind besonders langlebig und bringen selbst bei extremen Bedingungen Höchstleistung. Genau das Richtige für Herrn Meier, der beruflich täglich weite Strecken im Auto zurücklegt. Paul findet bei jedem Premium-Line Produkt eine entsprechende Kennzeichnung. Online, genauso wie im Printkatalog. Auf den Verpackungsetiketten und den Teilen selbst ist das Label ebenfalls nach und nach zu sehen. Aber auch die Standardprodukte ohne Premium-Line-Kennzeichnung sind hochwertig. Sie bieten ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Gute Qualität zum günstigen Preis. Für den Normalgebrauch also bestens geeignet. Zum Beispiel für Familie Weber. Auch die lange Urlaubsfahrt ist damit natürlich kein Problem. Paul freut sich über die klare Kennzeichnung. So sieht er bei der Bestellung sofort, ob es sich um ein Premium-Line oder Standardprodukt handelt. Und das Wichtigste? Mit den passenden Produkten und hilfreichen Services macht Paul seine Kunden glücklich und sorgt dafür, dass sie wiederkommen. Beer Heller Service Premium-Line. Top-Performance. Top-Qualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017